Die Welt könnte so schön aussehen, zumindest mal, wenn man hier in Japan nach Hintermeer guckt oder eben, wenn man nach Amerika guckt und dann auf die Indizes, denn die haben deutlich zugelegt. Wir haben dort gesehen, dass es kein Halten gibt, sondern der Bulle tatsächlich immer noch aktiv ist am Markt, also weiterhin tapfer nach oben strebt. Aber, was ist denn da in Deutschland los? Was soll denn das beim Tax? Wer auf den Stundenchart schaut, der ist erstmal überrascht, denn erstmal gibt es da keine neuen Hochs. Der Kurs ziert sich sowas von vor den neuen Allzeithochs und dann nicht nur das, dass er sich da ziert. Jetzt haben wir im letzten, im rechten, im hinteren Bereich sogar noch gesehen, dass der Markt dort sehr, sehr steil nach unten gegangen ist. Also wir haben dort eine Bewegung gesehen, die zwei relativ auffällige Kerzen, kein Drama, aber eben auffällige Kerzen nach unten gezeigt hat. Genau das, was wir nicht haben wollen. Das heißt, wenn wir Short-Term-Trader sind, wenn wir kurzzeitig mal traden können, dann unter Umständen schon, denn das wäre ein erster Schub, den wir nach unten unterwegs haben, der anschließend mit einer Korrektur nach oben sogar nochmal wieder ein Short erlauben würde. Wie jetzt? Was ist das denn für eine Einstellung? Nochmal auf die Short-Seite. Ja, tatsächlich, das muss man sagen, der DAX, der ist weitaus weniger attraktiv im Moment für die Bullen, denn wir haben dort die scharfen Bewegungen eher nach unten, während der amerikanische Markt, der Dow Jones, der S&P, der Nasdaq, überhaupt gar keine Ansteigen macht, auch nur annäherungsweise hier mal Schwäche zu zeigen. Das heißt, wer jetzt noch nicht aktiv war, der hat immer noch die Chance einzusteigen, denn Short-Anzeichen gibt es in Amerika überhaupt keine. Allerdings blöderweise, und das macht Traden nicht ganz so einfach, es gibt keine echten Ziele. Man muss einfach sagen, ich gehe mal rein und gucke und hoffe, dass das Ganze noch eine ganze Weile eben weitergeht, also dass wir da noch eine ganze Menge zu erwarten haben. Das ist möglich, aber wir können einen Trade nicht kalkulieren. Das ist der Grund, warum ich diese Trades persönlich nicht so gerne mag. Ich bin lieber einer, der ein bisschen rumkalkuliert, wo stoppe ich, das ist ganz wichtig, und wo ist mein Target. Und wenn diese Relation einigermaßen okay ist und ich eine Einschätzung habe über die Trefferquote, denn die Chance-Risiko-Verhältnis, das kann ich immer berechnen. Die Trefferquote kann ich höchstens schätzen oder aus Erfahrung sagen, aber das ist keine Hard-Fact, das ist keine echte Zahl. Aus dem Grund bin ich da immer ein bisschen vorsichtiger, wenn ich aber das Chance-Risiko-Verhältnis nämlich auch nicht habe und ungefähr überlegen und schätzen muss und die Trefferquote nur ungefähr überlegen und schätzen muss. Ganz blöde Situation, die ich nicht ganz so schön finde. Aber fassen wir es nochmal zusammen. Die bullische Seite in Amerika immer noch gangbar, dann mit Trailing-Stop, um einfach zu sagen, Lauf-Vogel-Lauf oder Flieg-Vogel-Vieh, Vogel-Strauß, je nachdem, dann ist es sicherlich noch in Ordnung beim DAX, wie gesagt, im Moment in die umgekehrte Richtung. Heute spannende Uhrzeiten. Jetzt muss ich selber drauf gucken, wie vor haben wir es denn in Europa. Nein, noch ist es Zeit. Hier haben wir es nämlich halb acht. Das heißt, wir haben es jetzt halb zwölf in Deutschland. Um 13.30 Uhr gibt es Zahlen von der EZB, die sind vielleicht nicht super wichtig, aber nicht ganz schlecht. Und um heute Abend, ich glaube, 19 Uhr spricht Lagarde und wird dementsprechend aus der EZB-Richtung nochmal ein bisschen Schub in die Märkte bringen können. 14.30 Uhr europäische Zeit ist ebenfalls wichtig aus amerikanischer Sicht. Denn da gibt es die Retail-Sales, also die Einzelhandelsumsätze, die Kernrate davon und so weiter. Also das sind durchaus wichtige Zahlen, die den Markt bewegen können. Und der Fili-Fat-Index, der Philadelphia-Fat-Index, der ebenfalls den Markt bewegen kann. Alle Zahlen, soweit ich es so gesehen habe, die wichtigen, die Call-Rates, die Fili-Fats, alle werden besser erwartet als zuvor. Das muss alleine noch nichts heißen, denn wie es rauskommt, ist entscheidend. Aber 14.30 Uhr, je nachdem, wie sie rauskommen können, kann es einen Big Relief geben, eine große Entspannung, der Markt schießt dann tatsächlich richtig nochmal nach oben. Oder eben die große Enttäuschung. Auf jeden Fall wäre diese Uhrzeit für eine starke Bewegung auf jeden Fall denkbar. Deshalb um diesen Zeitpunkt dann mal drauf gucken auf den Markt, da nicht sagen, dann mache ich gerade mal Pause, nachher überrascht sein, oh Gott, oh Gott, meine Position ist ausgestoppt oder ich wehre doch so gerne, weil es in meinem Handelssystem entsprochen hätte. Also, Spannung bleibt weiter da. Wie sieht es beim Rohöl aus? Wir hatten eine tolle Abwärtsbewegung, die jetzt aber so langsam am Momentum verliert. Wir sehen das, dass wir da eher so wackelig in Trendrichtung immer noch unterwegs sind. Das ist so ein Ending, da ist auch eine Idee, die man damit verbinden kann. Es ist nicht gesagt, dass es genau so kommt, aber das spricht häufig, dass diese Trendbewegung ein Ende findet. Und der Markt dann dementsprechend mal die Gegenrichtung käme. Das wäre also mehr als sinnvoll. Wer im kleinen Bild gucken will, kann da mal drauf schauen. Ansonsten eine ABC-Gegenbewegung wäre zum Beispiel nicht ganz schlecht, um dann eventuell dann später nochmal im Großen die Short-Seite bei Rohöl da mitzunehmen. Gold und Euro gegen US-Dollar sind beide eher auf dem steigenden Ast. Ich muss gestehen, ich bin noch nicht so 100% davon überzeugt, dass das nachhaltig und langfristig noch so sein wird. Ich kann mir vorstellen, einmal muss es noch runtergehen, aber im Moment sieht es noch nicht danach aus. Und aus dem Grund bin ich der Meinung, sollte man, wenn man will, im Kleinen nochmal die Long-Seite suchen. Es gibt noch keine echten Anzeigen für die Short-Seite, also dementsprechend die Orientierung da nach oben aktuell. So, das war es von dieser Seite her. Das ist nochmal Tokio, genau genommen Shibuya. Und wo ich jetzt hier gerade stehe, das ist die ganz berühmte Kreuzung, ich weiß nicht, ob man es hier sehen kann, gegenüber der Starbucks von der Kreuzung. Staya, das ist ein Buchladen beispielsweise. Ganz, ganz bekannt eigentlich die Ecke. Und natürlich oben die ganzen Videoscreens. Ich weiß gar nicht, ob man das so wahrnehmen kann hier im Video. Einfach nochmal als letzten Eindruck. Vielleicht besser als der Kerl ohne Haare hier. Deshalb machen wir auch nochmal einmal dieses Bild von der Kreuzung für einen letzten Eindruck aus Tokio.